das höchste was an deutscher werden kann leipzig 1 0 trottheim seitensburg 00 zellig zurzeit ist leipzig aus dem europäischen webbett aus nein leipzig muss es noch schaffen müssen wir noch schlafen damit auf dem putz gehauen 1000 geschenke wir werden am 24 streamen vielleicht werde ich sogar noch ganz spät abends am heiligabend stream ich bin mir noch nicht sicher aber am 23 muss überlegen am 23 und am 24 machen wir sub stream das heißt für einen sap bekommt ihr zwei heißt ihr kauft einen sap und ihr kriegt einen sap geschenkt oder ihr könnt einen sap verschenken oder ihr müsst den sap verschenken ich verschenke einfach ein random oder b sagt eine person an die ich die verschenken soll das heißt zum beispiel kann sich dave so ein sap gönnen und er holt den für tom mit das ist ein date glaube ich dann wenn wir das machen schlick die hände alter schlick die hinne alter Es bestätigt sich halt mal wieder. Es bestätigt sich halt wieder. Du bist so leid, Bruder. Es gibt's ja nicht, ey. Scheiße. Lacka gezettet. Boom! Ja! Ja! Ich will jetzt endlich mal ein Emote haben bei dir, wo so Dave Flack oder so. Dave Shiny oder so. Ohne Witz, wenn wir Zapfader werden. Dave Shiny, Alter. Alter, dann gibt's diesen Mode safe. Jedes Mal kriegt er einen Shiny, wenn er mit mir streamt. Das gibt's doch nie. Ja, Mann! Wer ist der Bobo Dave? Und nach 134, Alter. Gerekt, Bitch! So. Ja, Mann, Alter. Shiny Mewtwo! Endlich, Mann! Ich hab das Ding! Das wollte ich so gerne mal haben, ey. Ich bin schon ein bisschen hyped gerade. Muss ich es dazu geben. Danke! Danke, Obama! Bitte! Danke, Dave, Alter! Danke, Dave! Nee, nix, Dave! Das muss ich erst mal fangen. Wart mal eben. Alter, hätt ich heute nicht mit dir gestreamt, dann hättest du's nie bekommen, Leute! Doch, klar nicht bekommen! Easy! Nein! So, erstmal wechseln. Oh! Boah! Ich freu' mich so für dich, Hanno! Dankeschön! Ja! Ich schwör' dir! Ist mir egal! Hallo! Ich hab' schnell an die Mewtwo! Hey, nach 134! Ich bin Hanno! Hey, ich hab' vor so einer Recounter, was ich gesagt hab' Hihihihi! Hihihihi! Okay! Hypnose! Let's go! Alter! Da schläft das Ding! Warte, eine wichtige Frage! Ist Tim gerade duschen? Alter, ist Tim duschen? Wenn Tim duschen ist, dann ist das so safe und shiny! Unser Dayton hier so versteht ja auch noch! Oh! Ohne Witz, ne? Ich hab' trotzdem weniger gebraucht, ja! Stimmt! Ich würd' sagen, ganz ehrlich, das ist so verdient, dass ich das shiny jetzt bekommen hab' Das ist so verdient! Ehrlich! Werf' Master Ball doch! Oder hast du den nicht mehr? Ich hab' den Meister Ball noch! Ähm... In Let's go! In Let's go! Hab' ich sogar zwei! Ich hab' den sogar hier auch noch! Aber ich will den, wenn's geht, nicht den Meister Ball fangen! Ich würd' gern' den Premium Ball benutzen für das Ding! Hast du ein Ding geboren? Äh, Fangborn? Ja! Muss' mal gucken! Setz' den ein! Mewtwo ist aufgera- Mewtwo kann Genesung! Oh, f*** die Henne, ey! Oh, wenn sich das tötet, boah, Verzweifler, ne? Bruder, ich heule! Ach! Alter, wenn sich das tötet, ne? Schlaf' jetzt verdammt noch mal! Bitte schlaf' doch jetzt einfach, Mann! Dankeschön! Ja, es schläft! Perfekt! Ja, es schläft! So, noch mal Tuch-Schein! Genese eingesetzt! Psychoklinge war das, glaub' ich, das eine! Es ist wieder aufgefacht! Es ist jetzt wieder Genesung ein! Oh, Mann! Alter, wenn es dich tötet, dann töte ich mich! Warte mal! Ich hab' ne andere Idee! Ich hab' ne andere Idee! Wir schmeißen! Ich hab' noch so viele Meisterwälder, aber ich... Eigentlich sieht der nach... Eigentlich sieht der Sache... Ich hab' noch so viele Meisterwälder! Ich hab' noch so viele Meisterwälder! Leute! Warum ich die denn? 999! Ähm... Finsterball! Alter, hier sieht der Finsterball da extrem nice drin aus, weil's dunkel ist! Oder dem Freundesball! Alter, dem Freundesball, Bruder! Der mit dem Freundesball, der ist auch grün, Alter! Perfekt! Okay, du bist sofort ausgebrochen, scheiße! Sternenschauer kann es, perfekt! Oh, ich heule, Alter, wenn sich das tötet! Hey, Dave! Ich hab' einen Schein im YouTube! Hast du deinen Kleinschein schon? Dave? Dave! Hallo! Erda! Und Dave? Dave? Hallo! Dave! Dave! Hallo! Tut mir leid! Ich wollte hier nicht gemein sein! Geht wieder mit dir! Oh, ein Quid! Oh! Ist der Trugschlag, Gott sei Dank! Ich hätte schon Panik! Alter! Scheiße! Die Clip ist weg! Ich wollte ihn geschicken! Alles gut! Ich lad' die Reaction sowieso auf YouTube hoch! Von daher alles, alles easy! Ich hab' voll den Bart! Hä? Das ist dir jetzt erst aufgefallen, Dark? Fuck! Du hast'n Bart? Seit wann hast du'n Bart? Ein Bart! Ohne Witz weiß das geil wäre, wenn du bis nächstes Jahr so'n Vollbart hättest! Geh' ich nicht hin, dafür wächst der Zug! Kacke! So und jetzt muss ich das Ding einschläfern! Und dann hab' ich den auf 1 KP mit Fangenbong alles drinne! So, bitte! Bitte jetzt die Hände schieben! Warum zum Fick bist du leiser als ewig? Ich weiß es nicht! Loll! Warum schreist du mich so an? Habe ich das falsch gemacht? Bitte schlaf jetzt, komm! Wann ich mich nicht so direkt von meinem Mikro bin, weißt du, Dark? Was hast du? So, jetzt aber bitte! Trugschlag! Zwei Turns muss es schlafen! Oh, Mann, Alter! Kann es jetzt nicht bitte schlafen? Verdammt! Gute Nacht, Chirina! Chirina! Ach, Chirina ist morgen nach Stuttgart, weißt du das? Ne, nach Ulm! Stuttgart, hat sie gesagt! Ich sag wohl eben! So! Puh! Bitte! Ich muss es jetzt fangen! Komm schon! Bitte bleibt jetzt im Ball drinne! Komm schon! Komm schon! Bitte! Bitte, 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 bitte! Es schläft! Hat zwar nicht 1 KP, aber dem Freund ist bei! Bitte! Ja! Ich hab's! Dankeschön! Ja! Ich habe es! Geil! Shiny Mewtwo-Spitznamen! Green! Green Death! Oh, lol! Endlich hab ich einen Shiny Mewtwo! Oh! 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 Alter! Ja, Mann! Green Death aufgenommen! Perfekt, Alter! Gleich speichern, Alter! Was für ein Wesen hat es? Was für ein Wesen hat es? Komm schon! Komm schon! Geiles Wesen vielleicht! Muss doch nicht unbedingt gutes sein! Hitzig! Kann ich mit arbeiten! Hitzig kann ich echt arbeiten! Geht einigermaßen! Alter! Wir haben Shiny Mewtwo! Mh! Mh! Geil! Endlich! Endlich, Mann, Alter! Der Dezember ist mein Shiny-Hannik-Monat! Es war noch nicht wirklich diese Woche gestreamt, weil wir keinen Inland hatten, aber läuft! Zack! Erstmal weg hier aus dem Ding! Hier ist Kleinstein Party da, Alter! Alter! Endlich! Ja! 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 Ein fettes Scharniere, Alter! Dankeschön! Geil! Oh, geil, ey! Alter! Oh, Junge, Alter! Alter! Es ist... Oh, Junge! Gott, sieht das schön aus, ey! Hm-mm! Weißt du, was das Geile ist? Ich habe jetzt mittlerweile richtig viele Legendäre! Ich habe Dialga, Groudon, Voltriant, Arctos, Venikro... Ich habe mittlerweile echt viel zusammen von den Legendären! Heetuan! Ich habe echt viel gesettelt in letzter Zeit, muss ich sagen! Oh! Yves Zock, ich glaube, ich äh... Endlich sagt sie! Ne, ich guck mal nach! Macht das! Sehr gerne! Ja! Ich werde auch ab Sonntag wieder Videos bringen! Weil der Upload ja jetzt endlich wieder klappt! Das heißt, ich kann endlich wieder hochladen! Ab Sonntag kommen Videos! Täglich wahrscheinlich ein Shiny-Reaction-Video! Und, äh, ja! Danke schön fürs Zusehen! Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr kostenlos abonnieren! Das könnt ihr oben links machen! Wenn ihr weitere Videos von mir sucht, könnt ihr die auf der rechten Seite finden! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020